so ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll eigentlich wollte ich mich nur bedanken weil ich habe vorgestern meine zehn abonnenten bekommen ich hab das ich habe gestern nachricht von freund bekommen dass ich jetzt meine zehn abonnenten habe und das ist einfach so ich weiß dass andere leute haben ein million abonnenten das ist mir völlig egal also ich freue mich total dass ich die zehn abonnenten habe und das soll kein zehn abonnenten special sein ihr sollt mir in die kommentare schreiben was ihr zu einem zehn abonnenten special wollt auf jeden fall wollte ich mich nur bei allen bedanken die mich abonniert haben die meine videos geguckt haben und was weiß ich nicht wenn ihr seid auf jeden fall die besten ich liebe euch das war's ja für die leute die mich noch nicht abonniert haben ihr könnt mich unten jetzt kostenlos abonnieren und dadurch macht ihr dass wir noch größer wachsen und supportet mich und was weiß ich nicht also auf jeden fall dank für die zehn abonnenten vergesst nicht mehr auf twitter und facebook zu folgen das war's